Damit ein wunderschön herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir haben wieder den, äh, die Webseite ist wieder ein bisschen, äh, mehr geworden mit Berichten und wir haben eine neue Startseite. Die Startseite kann ich aktuell leider noch nicht einblenden, weil die in dem Moment noch nicht online ist. Äh, sobald die dann ist, oder, ähm, die ist gerade alle, ähm, Sachen, die ich hier auch erzähle, sind aktuell noch in der Bearbeitung, aber sollen so schnell wie möglich auch dem online zu sehen sein. Ähm, wir haben verschiedene Berichte fertig, wie, ähm, das Creator Barcamp, ähm, dann andere Advents, ähm, sind mit dabei. Aber natürlich haben wir auch ein paar neuere Seiten, die neu kommen und, ja, die werden wir dann noch nach und nach, ähm, ja. Ja, ich muss erstmal noch jemand anderes anschauen, sobald da alles passiert ist, bekomme ich es wieder. Und dann wird da halt nach und nach auch der Webseite zu sehen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, Anredungen, dann gerne in die Kommentare. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Macht gut, bleibt gesund, bis dann, tschüss. Und dann geht's.